Wie kommen wir zum schönen Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der da rauf fährt. Lass uns doch einfach zum Wallmarkt gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Okay. Ich glaube, ich habe letztens das vergessen. So, hier, Eile. Ja, das habe ich total verpeilt. Ich habe nicht nur gedacht, dass ich Barrett nach hinten verschieben kann, denn er kämpft ja mit einem Gatling-Gewehr. Deswegen schade es nicht, wenn ich einen Punkt nach hinten stelle. Okay. Haben alle ihre Materias? Nee, Barrett. Gut, Barrett kriegt Kälte und kriegt Raub. Ich glaube, der braucht als Fernkämpfer Geschick. So, was brauchen wir noch? Ähm. Okay. Objekt. Eta. Okay. 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 Und ich glaube, ich muss jetzt hier lang. Ah, nee, geht sich weiter. Vielleicht wäre es doch gut, wenn ich einen Laden finde. Okay. Was soll der ganze Böden sind? Mir ist es schnurz, ob sie sich Evelyn's, Avantgarde oder sonst wie nennen. Jeder, der die Planeten auf uns stürzen lassen will, ist einfach nicht ganz dicht. Wenn ich noch irgendwo einen Laden finde. Ah, da scheint einer zu sein. Naja, apropos. Ausrüstung. Mal sehen, ob ich hier noch was finde. Eine... Ohpala. Ach so. Ach so, so muss ich mit dem Quatschen. Wer ist mit dem Basoteria? Ähm. alle verkauft nur materie ab 8 mal die Witter die Witte habe ich alles auch also kein weiteres ich denke ich habe mein Geld um für ein bisschen bessere Ausrüstung ich lasse mich die Gegner jetzt mal ein bisschen in Ruhe da habe ich von Gegnern kommen die natürlich und das Haus ist wieder da auch 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 schön kürtig gelät ich liebe so was denke der Sound kann ich mir schenken schenken schön Rückwärtssalto erhalten neue Limittechnik ich bin gespannt wie die Wörter ich bin hier Analyse ich glaube ich gebe die Cloud Filz Materia die die in das dass so Okay, was kann man hier am Walmart finden? Mal sehen, ob der Automat hier noch geht. Huch. Ah, immer noch kaputt. Ich besuche mal den Don. Mal sehen, ob der mir vielleicht zumindest was sagen kann. So. Mitril-Stange. Hat Aerys also eine Metallfaust. Sturmgewehr. Titanreif. Mitril-Armband. Glaub ich jetzt zu Barrett. Ähm. Schutzstab. Geistern, brauche ich das? Ah, viel Kohle bringt das auch mit. Titanreif. Brauche ich nicht mehr. Leder. Und Leder anschauen. Okay, das Gettling-Gewehr kann ich nicht verkaufen. Okay. Mit dem Opa, da kann ich nicht quatschen. Dann habe ich auch schon alles, was ich brauche. Oh. Willst du mal was tolles sehen? Komm mit. Oh. 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 Hey, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch das geht? Natürlich geht das. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Naja, für mich sieht's aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Du hast recht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Aerys zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Barrett, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Was? No mercy. Aussi! Keine Gnade. Am Jog, die Grafittis hier gesprüht sind. Ah, guck dich mir die Kinder an. Oh, man, das ist grausig. Hertyping-Generämmig. Oh, da sieht man den zerstörten Sektor 7. Äh, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah. Wenn ich vielleicht eine Batterie einlege, könnte der Propeller laufen. Okay. Batterien habe ich keine. Ich habe mich hat der Waffenturzi eine. Bis zum nächsten Mal.